Heute ist International Women's Day und das heisst, dass alle Frauen heute 20% bekommen. Und wir sind die Frauen von Nikin. Ich mache Events. Ich leite den Kundendienst. Ich mache Finanzen. Ich mache Grafik und Gestaltung. Ich nehme eure Telefone ab. Für das E-Commerce-Zustellung. Kommunikation und Marketing. Ich leite Logistik. Ich schreibe eure Bankzertifikat. Ich bin zuständig für Social Media. Ich bin zuständig für... Nur Frauen. Ich verpackte Päckchen. Ich beantworte eure E-Mails. Und ich designe die Produkte. Und was wäre Nikin ohne uns Frauen? Apropos Gleichberechtigung. Männer können Dekodal brauchen. Ich bin Sophie und ich schicke euch Mahnungen. Leitet Logistik. Nein. Und ich inter... Sorry Dominik. Sorry. Ich schicke euch tanze. Nein. Ich beantworte euch nicht. Oder was sollst du nicht spielen? Nein. Besonders wie nichts. Ich bin tacen.